So wie die Sterne im Himmel auf, noch erstellt in Jesus diese Kraft und seiner Liebe. Heute will er die Schöpfe mit einer Kraft und Leerlichkeit und seiner Liebe. Heute will er die Schöpfe mit einer Kraft und Leerlichkeit Willst du nie dein Leben geben? Willst du mal mit Jesus leben? Denn er will mein Freund sein auf dieser Welt. Aber du liebst uns, der schlägt Glauben und von uns auf Liebe. Denn die Liebe ist die Größte und Heilige. Denn sie gibt dir die Kraft, um Gott zu dienen. Aber du liebst uns, der schlägt Glauben und von uns auf Liebe. Denn die Liebe ist die Größte und Heilige.